Auf der anderen Seite Alexander, genannt Sascha Zverev. Fein ist es klar, die Worte Niederlage und Braunschweig passen bei Sascha Zverev nicht in einen Satz. Bei uns ist er noch ungeschlagen. Im vergangenen Jahr kam er als 17-Jähriger in den Bürgerpark und begeisterte vom ersten Aufschlag an. In der Löwenstadt bewies er Löwenherz, schlug die Deutschen Tobias Kampke und Nils Langer, aber zwang mit dem Brasilianer Jean Sousa und dem aneins gesetzten Kasachen André Golovev zwei Top-100-Spieler und stand dann im Finale gegen Paul-Henri Mathieu. Den ersten Satz verlor Sascha Zverev noch mit 1 zu 6 gegen den Franzosen, doch dann drehte er das Match, gewann die Folgen mit 6 zu 1 und 6 zu 4. Die Fans hier waren begeistert. Was immer in seiner hoffentlich langen und erfolgreichen Karriere noch passieren wird, sein erstes Turnier hat Sascha Zverev hier bei uns gewonnen. Sein zweites Challenger-Event gewann der 1,98 Meter langen Rechtshändler im Mai dieses Jahres auf dem Sand von Heilbronn. Gefeiert haben wir unseren Youngster vor allem, aber auch vor wenigen Tagen in Rundle. Erstmals stand er im Hauptfelder eines Pranks-Land-Turniers. Sascha Zverev bezwang in der ersten Runde der Championships die Nummer 53 im ATP-Ranking in einem wahren Rasen-Krimi mit 9 zu 7 im fünften Satz. Taimurash Gavashvili ist der Gegner, der Mann aus Moskau, der hier in Braunschweig 2009 auch schon im Finale stand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie den Sieger der Sparkassen-Open 2014, Alexander, genannt Sascha Zverev. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch zwei Minuten, tun wir jetzt. Noch eine Minute. Meine Damen und Herren, Dimitar Kuzmanow hat die Wahl gewonnen und sich für Aufklag entschieden. daughter Kuzmanow und erbricht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 0,30. Lauf 30. 0,40. Lauf 40. 15,40. 15,40. 15,40. 16,40. 16,40. 16,40. 16,40. 16,40. 16,40. 17,40. 16,40. 17,40. 17,40. 17,40. 17,40. 17,40. Aufla, Alexander Svein. Fünfzehn rück. Fünfzehn ab. Danke. 30 Minuten. So, viel ab. Vielen Dank. 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 Auf... ... 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 und ganz... ...dios. Also. Verteil, Fußmanus. Anstand, Jüß. Verteil, Fußmanus. 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 Fußmanus. Verteil, Fußmanus. Verteil, Fußmanus. Weiter das, auf Schlag muss man das. Fünfte Null, fünfte Lämmer. Letzter Schatz. 3-0, Leute laufen. Letzter Schatz. 40-0, Vortilaf. 40-15, Vortilaf. 40-0, Vortilaf. Spiel Kuzmadov. Neue Bälle bitte. Wall-Chain-Spiel. Erstes Spiel, zweiter Satz. Erstes Spiel, zweiter Satz. Erstes Spiel, zweiter Satz. Neue Bälle. 15-0, Vortilaf. 15-0, Vortilaf. 15-0, Vortilaf. Neue Bälle. 15-0, Vortilaf. 20-0, Vortilaf. 15-0, 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 Vortilaf. Okay, second serve. 30, 40, 30, 40. Okay, second serve. 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 40, 15 40, 15 40, 15 40, 15 Nein. 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 Vielen Dank. 15.30, 15.30 15.40, 15.40 15.30, 15.30 15.30, 15.30 15.30, 15.30 15.30, 15.30 15.30, 15.30 15.30, 15.30 15.30, 15.30 40, 30, 40, 30. Kuzmanow führt 5 zu 0, Freitag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kuzmanow, Kuzmanow. Kuzmanow, Kuzmanow, Kuzmanow. Kuzmanow, Kuzmanow. Kuzmanow, Kuzmanow. Kuzmanow, Kuzmanow. 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 0.15 Laufe viel Fünfzehn beide, dürft ihr rum Fünfzehn 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 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 17. 16. Vielen Dank. 30, 40, 30, 40. Los! Die Zwerer führt 2-0, Pula. Die Zwerer führt 2-0, Pula. Die Zwerer führt 3-0, Pula. Die Zwerer führt 3-0, Pula. Die Zwerer führt 3-0, Pula. 5-0, Pula. 5-0, Pula. 5-0, Pula. 5-0, Pula. 5-0, Pula. 6-0, Pula. 6-0, Pula. 6-0, Pula. 6-0, Pula. 5-0, Pula. 5-0, Pula. 6-0, 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 Pula. 7-0, Pula. 6-0, Pula. 7-0, Pula. 7-0, Pula. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aye. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 40-0. 40-0. 15-0. 60-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. Das Level führt 3 zu 1, 3-1. 0,15, La, 15. 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 0,15. 0,15, La, 15. 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 15 15 beide 15 all 15 30 15 30 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 17 18 18 20 22 23 23 24 24 24 30 25 30 25 Das war's für heute. 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 Thank you. 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 50 lang. 30 lang. Viertelass. 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 40, 15 40, 15 15 5 5 2 2 1 1 2 2 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I see Biden. I see you all. 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 Love you All. Love you all. Love you all. Verteidiger von 2014 in der zweiten Runde 2015, Sascha 12, steht uns noch kurz zu dem Interview hier auf dem Court zur Verfügung. Wie hat es sich angefühlt? Wie ist das Fazit nach diesem Match? Ja, es war schwer. Ich spiele auch auf Sand, er ist seit zwei Tagen am Sonntag das erste Mal auf Sand gespielt. Deswegen war es schwer, einen Rhythmus zu bekommen, aber im ersten Satz habe ich sehr gut gespielt und danach hat er wirklich sein Level gesteigert und dann wurde es auch ein interessantes Match. Ihr spielt drei Monate auf dem langsamsten Belag, dann wechselt ihr rüber zum schnellsten.